Jetzt sind wir schon im Teil 7 unserer Serie und es geht um den Titel Cyrus Minor. Ja, da hat Pink Floyd wieder was geleistet, meine Güte. Pink Floyd entführt uns da in einem Fahrgarten irgendwie, wo wir dann in einem Garten sind, der verwünscht ist, der verwunschen ist. Und wir erleben da ganz tolle Sachen und wir schauen in die Sonne und das ist so, als würden wir einen Zugang haben zu fremden Welten. Das ist also vollkommen abgefahren. Das ist eben Psychedelic. Und ich meine, Pink Floyd ist der Meister des Psychedelics. Und wenn es nun ein Meisterstück gäbe, in kurzer Form, wo auch eine Gruppe versucht, Psychedelic zu machen, in wie ich hier sehe, 5 Minuten und 19 Sekunden, dann ist Cyrus Minor wirklich ein Meisterstück. Es ist ein Märchen, in das wir entführt werden, wenn wir das hören. Viel Spaß dabei und alles Gute bis zur nächsten Serienfolge.